3, 2, 1 und wir fahren los! Wird schon ganz cool auf jeden Fall. Ich brauch nur die Stelle. Kannst du mal das Shirt in die Hose, damit die Illusion auch so ein bisschen besser ist. Auch Action, volles Risiko! So! Sebastian, das sieht so aus, als wenn du das könntest. Alter, stell dir vor, wir waren in Schott und es wendet er durch. Fuck! Du Scheißrehe! Mein Bild kriegst du nicht. Viel zu viel Spaß hier. Nur in einem Gleisflip? Nehmt das mal ein bisschen ernst, ne? Das ist halt auch ganz geil, ne? Sieht schon cool, als stell dir vor, da machen wir jetzt einen Wallflip zum Treeflip. Wer kann da einen Treeflip machen? Niemand. Doch, aber nicht schöner so rum, oder? Sebastian, ich und das Pferd zusammen. Mann, ey! Welche Fühlen waren das, wo dieser schwarze Reiter... Herr der Ringe? Herr der Ringe? War das Herr der Ringe? Der Ringe? Der Ringe? Der Ringe? Der Ringe? Ja, genau. Mit meinem fausten Outfit. Mit einem Pferd. Der hat so Komplexe abbekommen. Bei den Sexen. Es tut mir echt leid. Weil alle haben so Muckis und so. Und dann ist Kellogg's immer drin. Jetzt sind sie mal weg. Und dann... Da dreht er richtig auf, ey. Da dreht er richtig auf. Ich übernehme heute einfach. Das harte Tier, das harte Tier, was du an dich rannehmen willst, was dich richtig hart rannehmen, das finde ich gut. Deine Fantasie. Das machen wir. Guck mal drin. Probier nur kreativ zu bleiben. Yo Kellogg's! Irgendwie Wald ist es auch gemacht für Tele heute. Wald wurde es auch gemacht, Gott hat Wald gemacht für Tele. Ja, hier steht der Bube. Und ich mach dir den Wald für Tele. Wie sieht das eigentlich so mega geil aus? Bist du hoch, ey? Shit, ist das geil. Die Sonne kommt von mir. Hallo, Frank! Hallo! Der Kellogg's ja, der hat echt einen Clown gefressen heute. Hallo! Keine Professionalität, ja, bis jetzt. Frechheit. Lass euch, ich hab ein gutes Gefühl. Ich hab ein sehr gutes Gefühl. Oh mein Gott. Wir müssen den Baum hier, diesen Ast eigentlich nur abreißen. Habt ihr den hier? Ja. Das ist perfekt. Ich finde den perfekt. Auch mit dem Ast. Und der kommt eigentlich gut. Ich finde den auch super. Ich finde den Hammer. Und Timing auch. Hi. Hallöchen. Wie war der? Hast du dich gut gefühlt oder was? Ich hab auch schon hin und her überlegt. Weißt du, wenn man auf dem Baum klettert und von oben was runterhaut? Es würde dann eher wie ein Klumpen runterkommen. Weißt du das? Weil das Zeug ist nass. Stimmt, ja. Weißt du? Deswegen, ich hab das auch schon mir durchdacht so. Aber guck mal, hier ist alles nass hier. Hier findest nichts, was es irgendwie dann so fliegen würde, wie man es sich vorstellt. Wir warten auf die Sonne. Oh jeet. Naja, das ist halt so. Haben sie einen schlechten Kopf mit dem Petrus heute? Ja. Und selbst wenn es ein bisschen läuft, dann ist es gerade erst ein Semiengeist. Ja. Wir holen schon mit am besten gewesen. Das ist halt wie so. Schnee im Sommer. Was kostet diese Spass hier? 60.000. Na, wie fühlt sich das an 60.000 in der Hand zu halten? Nur die Kamera. Die Linse kostet mehr. Die Linse kostet nochmal 20.000. Also 80.000. Also du hast fast 100.000 Euro gehabt, ne? Ja, also jemand 20.000. Weiß ich nicht mehr. Das ist so krass, der ist sonst immer mega brav und weil der Lemmy mal nicht da ist, fühlt komplett seine... Ich wollte gerade sagen, er hat vorhin schon gesagt, dass er die Rolle übernimmt. Aber das Licht auch genau da durchgefallen ist, die Komponente war halt auch mega krass. Genau in diesen Kegel rein. Achso, es war live. Jetzt? Oh, hallo. Ich bin in der Spiegelung. Ich will aber auch drin sein. Jetzt bin ich nicht drin. Du brauchst unbedingt noch so einen Ansteck. Hallo, jetzt bin ich in der Spiegelung. Hallo. Hallo. Du kannst eigentlich sogar auf die Spiegelung zu fahren, oder? Auf die Spiegelung. Und... Manuel, der Neunschoppert. Oh mein Gott. Hallo. Spiegelung. Wunderbelichtet. Oh nein. Ich bin reingefangen im Monitor, die kommen nicht mehr raus. Ich bin richtig belichtet. Oh mein Gott. Ring Jedi. Pause Ring Jedi. Geil. Das ist echt fett mit dem Ding, Alter. Der Hammer. Nächster Urlaub. Übers geil. Das meine ich, so ein Set, was du immer dabei hast, weißt du? Ja. Ja. Der Lampen-Making-Off ist perfekt. Der Lampen-Making-Off ist perfekt. Aber siehst du, das hat schon sau verbessert, finde ich, von jetzt. Ich finde echt cool. Es ist halt nur schade, dass die Sonne dann... Ja, ja. Was schauen wir, wie man bearbeiten können, ist die Frage. Was ist das eine? Das war's. Das war's. Das war's.